Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kind- und Jugendarzt hier in meiner Praxis und jetzt zu dieser Spezial-Sprechstunde über impfpräventable Erkrankungen, das heißt Krankheiten, die man durch Impfungen vermeiden kann. In diesem Fall geht's um Keuchhusten. Der Keuchhusten, man nennt ihn auch Pertussis, wird hauptsächlich über Speicheltröpfchen übertragen und gehört zu den Erkrankungen, übrigens sogar meldepflichtig, vor denen ich als Kinderarzt eine gehörige Portion Respekt habe. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, er ist nicht leicht und vor allem nicht sofort zu erkennen. Das heißt, man denkt an ihn und erkennt ihn oft erst sehr spät, wenn der Husten halt nach drei Wochen noch immer nicht weg ist. Und zweitens, er führt zu einem extrem unangenehmen, quälenden Husten. So ein Hustenanfall kann über eine Minute anhalten und bei den kleinen Kindern kann man am Ende des Anfalls ein keuchendes Einatmungsgeräusch hören. Das klingt dann ungefähr so. Und das ungefähr eine Minute und länger und dann am Schluss... Hier geht's. Das wollen Eltern wirklich nicht, dass ihre Babys so leiden, nicht wahr? Daher der Name Keuchhusten. Und dieser Keuchhusten hat einen sehr unangenehmen, langen Verlauf. Bis zu neun Wochen kann er dauern. Drittens, eine Behandlung ist nur bedingt möglich, weil meist kommen sie a zu spät und b Hustenmedikamente haben oft keine befriedigende Wirkung. Und viertens, das Schlimmste, der Keuchhusten kann tödliche Folgen für einen nicht geschützten Säugling haben. Das Keuchhustenbakterium scheidet ein Gift aus, das bei einem Säugling neben dem quälenden Husten Atemaussetzer mit tödlichem Ausgang bewirken kann. Und gegen dieses Gift gibt es keine Medizin. Eine Therapie des Keuchhustens ist nur durch eine rechtzeitige antibiotische Behandlung möglich. Das heißt, innerhalb der ersten drei Wochen. Die aber eben meistens zu spät kommt. Sie bewirkt, wenn sie rechtzeitig gegeben wird, eine Abtötung der Bakterien, sodass nach einer Behandlung von mindestens fünf Tagen keine Ansteckungsfähigkeit mehr besteht. Aber das zuvor schon produzierte Gift verbleibt dennoch im Körper und führt zu diesem extrem lästigen Husten und bei Säuglingen zur Gefahr der Atemaussetzer. Säuglinge mit Keuchhusten müssen deshalb mit einem Monitor überwacht werden. In der Regel in der Kinderklinik. Etwas Besonderes muss man beim Keuchhusten wissen und das ist vielen nicht bekannt. Nach dem Durchmachen der Erkrankung hat man keine lang anhaltende Immunität. Wie zum Beispiel nach Masern oder nach Windpocken diese Immunität ein Leben lang anhält. Schon nach fünf Jahren muss man beim Keuchhusten damit rechnen, dass die schützenden Antikörper wieder weniger werden und man den Keuchhusten deshalb wieder bekommen kann. Und das gleiche gilt leider auch für die Keuchhustenimpfung, die nach fünf Jahren ihre schützende Wirkung zu verlieren beginnt. Und da bin ich jetzt beim wichtigsten Punkt. Die Schutzmöglichkeiten für Säuglinge vor der potenziell tödlichen Keuchhustenerkrankung sind einmal, dass sie von niemandem angesteckt werden. Das heißt, alle Kontaktpersonen des Babys sind geimpft. Also Eltern, Geschwister, Großeltern, Babysitter. Ja, jeder, der das Baby anspricht, weil es beim Ansprechen zur Übertragung von Speicheltröpfchen kommt. Und zum Zweiten, dass die Säuglinge selbst möglichst früh und nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission, also der STIKO, soll dies zu Beginn des dritten Lebensmonats sein, geimpft werden und damit einen eigenen Immunschutz bekommen. Der ist aber erst nach der Grundimmunisierung vorhanden. Und das braucht insgesamt drei Impfungen im Mindestabstand von vier Wochen. Also im Idealfall mit fünf Monaten. Das bedeutet, dass die Keuchhustenimpfung der Kontaktpersonen für das Baby in den ersten fünf Monaten lebenswichtig ist. Meine Schlussfolgerung. Wenn Kinder nach den Empfehlungen der STIKO geimpft sind, haben sie wenigstens frühestens ab einem halben Jahr einen eigenen belastbaren Schutz. Und wenn alle jungen und alten Erwachsenen sich auch gegen den Keuchhustenimpf bzw. auffrischen lassen, können die Babys von ihnen nicht angesteckt werden. Und das ist äußerst einfach, da es für die sowieso spätestens alle zehn Jahre notwendigen regelmäßigen Tetanus usw. Auffrischungen, es Kombinationsimpfstoffe mit Keuchhusten gibt, durch die dieser Schutz also mit nur einem Pieks möglich ist. Wenn Sie wie ich erleben mussten, wie schlimm das ist, wenn ein gesundes Kind wegen einer vermeidbaren Keuchhusteninfektion ums Leben kommt, dann verstehen Sie mein Engagement in dieser Sache. Zum Schluss noch mein persönliches Erlebnis mit dem Keuchhusten. Anfang der 90er Jahre gab es eine Zeit lang keinen Keuchhustenimpfstoff, weshalb meine ersten beiden Kinder nicht geimpft werden konnten. Das bedeutete, dass sie den Keuchhusten bekamen. Gott sei Dank erst nach der Säuglingszeit. Also zunächst zwölf Wochen lang kaum zu schlafen wegen der Hustenanfällen der Kinder. Sie bekamen ihn natürlich nacheinander. Das war schon heftig. Aber ich bekam ihn dann selbst auch noch. Nochmals viele Wochen lang kein gescheiter Schlaf. Ich wünsche uns, dass wir den Keuchhustenimpfstoff zukünftig immer haben werden und ihn auch dankbar verwenden.